Luxor Living. Das ist die neue Wohnkomfortsteuerung von Theben. Zu dem smarten System gehört eine ganze Anzahl von Aktoren. Zum Beispiel Luxor H6. Er steuert und reguliert die Wärme und reduziert zugleich den Energieverbrauch. Über Luxor B6 können Sie ganz einfach weitere Geräte anschließen. Zum Beispiel einen Bewegungsmelder an der Haustür. Luxor S8 schaltet schnell und einfach alles, was Sie wollen. Vom Licht im Bad bis hin zum Fernseher und zum Bügeleisen. Luxor J4 sorgt mit der Wetterstation für angenehmen Schatten im Sommer und für viel Licht im Winter. Und er ist der perfekte Anwesenheitssimulator, wenn Sie gerade mal auf Reisen sind. Und zuletzt Luxor D4. Das ist nicht irgendein Dimmer. Das ist der Dimmer, der alles dimmt, was sich dimmen lässt. Neben den Aktoren gehören zu Luxor Living auch noch Sensoren und Luxor T8. Daran können Sie jeden Taster Ihrer Wahl anschließen. Ganz nach Ihrem Geschmack. Ein ganz besonderes Highlight ist Luxor M140. Die Wetterstation misst Wind, Helligkeit, Regen und Temperatur. So genau wie keine zweite. Luxor R718 sorgt für die perfekte Raumtemperatur. Folgen Sie einfach Ihrer Intuition. Sie müssen, wie der Schwabe so sagt, nur am Rädel drehen. Für die richtige Spannung sorgt Luxor P640. Aber nichts wäre Luxor Living ohne sein Gehirn. Die Systemzentrale Luxor IP1. Mit ihr wird Luxor smart und alle, die smart wohnen wollen. Verbunden werden alle Luxor Living Komponenten ganz einfach via Bus. Jetzt noch Spannung auf die richtigen Komponenten geben und schon können Sie Luxor Living in vollen Zügen genießen. Und wie wird Luxor Living installiert und bedient? Ganz einfach via Luxor Plug und Luxor Play App. Jetzt wird's smart. Wie gesagt, ganz einfach. Einfach Luxor Living.